Oh nein, ey, ich weiß doch gar nicht die Aufgaben. Ja, ja, das mache ich auch bei der Map. Wie lange dauern denn die ganzen Aufgaben? Ich bin da echt raus. Ey, Jorena und ich sind beide. Ich warte auf den richtigen Moment. Mein einziges Ziel in diesem Game ist, Gina zu töten. Oh mein Gott, ich habe es gesehen. Die Person hat sich rein teleportiert. Ich will die Person selber zugeben. Ich? Junge, ich bin bei Bethems. Dann wolltest du Sarah. Was? Nein, 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 nein. Junge, ich glaube Blau hat sich rein teleportiert. Ich bin Braun, by the way. Ich habe mich rein teleportiert. Ich kenne die Map nicht mal. Ja, aber du hast glaube ich getötet. Aber wie kannst du mich sehen? Es ist dunkel, ich sehe nichts. Ja, ich weiß, aber ich sehe dich ja. Ich bin im Bad. Hä? Äh, ähm, wie kannst du sie denn sehen? Okay, das ist ein Self-Report. Das ist ein Self-Report. Das ist ein Self-Report. Das macht gar keine Sinn. Das ist ein Self-Report. Das ist ein Self-Report. Ich bin doch nicht blöd, Alter. Ich habe 100 Spielstunden. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe mich nicht mal gesehen. Oh nein! Das ist ein Self-Report. Ich glaube auch, das ist ein Self-Report. Ich habe gar keinen Self-Report. Allein, dass sie, äh, Serena gesehen hat, ist schon gut. Wer hat gerade... Gina, das ist so fucking dreist, ne? Warum ist es dreist? Das ist so fucking dreist. Self-Report. Ich bin seit 10 Sekunden da nicht mehr. Gina, es ist so obviously du. Es ist so obviously du. Also ich bin seit 10 Sekunden nicht mehr. Oh mein Gott, so lieber Leute. Oh Junge, wie habe ich es da raus geschafft? Weißt du, ich dachte so, dass Jurena und ich zusammen, äh, ein Double-Kill machen, ne? Mein einziges Ziel in dieser Runde ist Gina zu holen, ja? Wir suchen Gina. Ist mir jetzt egal, wenn mich da sehe. Obwohl es wäre dumm, wenn die mich jetzt umbringen. Ich sag nichts mehr. Ich sag gerade noch, dass es dumm, wenn die mich jetzt umbringen. Was machen die? Bringen mich um, obwohl ich gesasst worden bin. Hä? Hey, ich will nicht mehr. Schnell. Oh mein Gott. Das war mein einziger Purpose im Leben gewesen gerade. Das war literally mein einziger Live-Purpose. Du wirst Gina töten. So, jetzt warte ich, bis die gefunden wird. Junge Leute, ist es so ein Glücksgefühl gerade. Das ist so ein Glücksgefühl. Alter, mein Herz pocht so, ne? Irgendwie ist es nochmal was anderes. Ah, ich hasse diese Map, ey. Ah, schön. Schön, schön, schön. So. Zucchini hat mich gesehen. Zucchini hat mich gesehen. Ich muss Zucchini töten. Oh mein Gott. White, was machst du gerade? Ich bin gerade beim Admin-Panel. Gina ist gestorben. Gina ist gestorben. Ja, nein. Nein, nein, nein. Aber was ich komisch finde ... Warte kurz. Gina warst nicht? Ähm, ich bin da auf die Weiters gegangen. Ich wollte eigentlich direkt drauf gehen. Aber ich hab dann erst noch diesen Card-Scan gemacht. Und da stand halt drauf, dass Schwarz rot ist. Ja, ist so. Ich weiß, ist auch aufgekühlt. Das ist schon ziemlich lange. Also, Schwarz ist schon länger da. Und deswegen bin ich zum Admin-Panel gegangen, um zu sehen, wo die Leiche liegt. Weil sie ja trotzdem im Raum angezeigt wird. Und deswegen normalerweise ordnet man halt eigentlich nicht. Beziehungsweise macht man den Button halt nicht. Weil wir jetzt halt nicht wissen, wo die Leiche liegt. Also, ich wollte jetzt eigentlich gerade loslaufen und checken, wo die Leiche liegt. Es war in der Laboratory drinne. Es war in Richtung Weapons. Also Richtung Navigation. Also Weapons. Aber es könnte natürlich jetzt auch... Ja, ich verstehe, dass es besser ist, die Leiche zu finden. Aber trotzdem fand ich es halt... Aber warum denkst du denn jetzt, dass ich es hasse bin? Nur weil ich versuche zu ermitteln, wo die Leiche liegt? Ja, lass mal skippen dann. Hä? Ach da. Nee, hä? Ach da! Okay. Die kill mir nicht. Das ist mir jetzt ein bisschen zu... Oh! Oh mein Gott. Ich bin so ein Arsch. Junge, ich bin so böse. Oh. Oh! Pfff! Oh, wait. Die Tür... Oh, I fucking knew it, Alter! Oh mein Gott. Ähm... Ja, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, Alter. Da, wo auch der Button ist. Aber halt unten der Raum. Diese Bibliothek quasi. Da... War noch Licht aus? Ähm... Und ich habe gesehen, wie Pink nach oben gelaufen ist. Und das heißt, sie muss richtig grad eben erst gekillt worden sein. Dann habe ich noch gesehen, ich habe nämlich ganz am Anfang der Runde, nach dem Meeting, habe ich diesen Scanner gemacht. Und da habe ich rot noch, glaube ich, gesehen. Gina meinte, dass sie blau oder mich gesehen hat. Und ich habe... Ich wurde vorher geproofed eigentlich von Pink und von Shorty auch die ganze Zeit darum. Stehen Sie bei Donald. Wir haben zusammen an dem Baum da gestanden. Ich sage jetzt einfach mal, dass ich bin Crewmate, okay? Ich sage, ich habe eigentlich jetzt immer beschrieben, wo ich bin. Ich sage es einfach mal so, ja? Geht einfach davon aus. Und deswegen kann es eigentlich nur blau sein. Das Ding ist, ich war halt auch richtig viel mit Jorena und so unterwegs. Und da hätte ich Jorena zum Beispiel auch töten können. Also dann ist er bald im Postal. Ja, das wollte ich auch mal sagen. Ich bin auch mal im Postal. Ja, und Gina hat ja auch am Anfang Sarah keiner suspektet und Jorena ist direkt mit drauf gesprungen. Also, ich habe Gina suspektet, weil Gina da wirklich auch drin stand. Und weil sich halt Sirena da... Ja, Gina ist direkt auf Sirena gegangen. Das hat wirklich auch gar keinen Sinn gemacht, weil ich einfach nicht mal da war. Aber ja... Den kann ich eigentlich nur... Eigentlich macht nur blau Sinn, weil ich nicht mal in der Nähe war. Ich habe auch nicht den Kill gesehen. Ich stand da nämlich nicht. Okay, also ich bitte Sarah, wir haben noch 10 Sekunden. Ich auch. Okay. Let's go. Let's go. Ja, lol. Das haben wir noch gar nicht benutzt. Okay, ich komme jetzt Jorena zu. Ey, was ist das für eine Runde? Wie keiner diese Map rafft. Die will das fixen, oder? Ja, ja. Es ist ein bisschen sus, wenn ich das jetzt nicht fixe, ne? Hä? Jorena! What the fuck? Ich stand da gerade... Ich wollte das fixen. Und Emil hat... Wir standen in... Ach so. So eine dreckige Mütlerin. Wir standen da gerade zu dritt drin, weil wir das fixen wollten. Ich habe das ja auch gerade noch gefixt und auf einmal stirbt... Wer war das? Wer ist gestorben? Auf einmal stirbt... Gabe in mir! Junge! Jorena! Ich schwöre dir! Emil! Die Kamer... Alter! Jorena ist schön, ey. Da steht schon... Lach nicht. Ich mein's ernst. Da steht gelb schon. Da steht gelb. Und du rennst rein? Mach... Leg meine Hand da drauf. Ich lauf zurück. Läuft mir Jorena entgegen und tötet sie. Digga! Verarsch! Du bist in uns reingegangen und hast sie umgebracht. Literally. Serena, du hast mich gesehen. Mir egal. Die ganze Zeit... Das Ding ist, ich hab halt rot die ganze Zeit gesehen und hab irgendwie gar keinen Sinn. Ich sollte euch auch gerade sagen, ich hab rot die ganze Zeit gesehen. Und Jorena hat auch schon neben grad ein Blau sich irgendwie gegenseitig so bisschen gedeckt. Nein! Von daher macht irgendwie nicht so Sinn, dass rot es ist. Scheiße! Aber es kann halt auch rot sein. Das Ding ist halt, du hast rot zwar gesehen, aber hast du sie wirklich die ganze Zeit so gesehen? Die kann ja auch ganz schnell mal wenden. Junge, Jorena, du bist so dreckig. Ja, sie lügt. Aber man hat's gehört. Ich hab auf jeden Fall gesehen, dass Jorena mit Gelb zuerst am Reaktor war. Ja. Also hat sie genug Zeit, sie umzubringen. Und Emmel, hör mal zu, und Emmel hat gerade gesagt gehabt, dass ich am Schluss dazugekommen wär. Also du warst schon vorne und ich bin auch dazugekommen. Und dann bin ich weggelaufen. Erst als ich weggelaufen bin, hast du sie getötet. Ich kann sagen, es ist Emmel. Ich mein, sie hat sich ja gerade selbst widersprochen sogar. Wenn sie damit durchkommt, ne? Bitte. Was? Ich fühl mich so schlecht. Ich fühl mich so schlecht, Leute. Ich hab mich noch nie so dreckig gefühlt. Ich hab mich noch nie so dreckig gefühlt. Mein Schicke, ich hab noch nie so... Ich hab mich noch nie so scheiße gefühlt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. LOL. Oh, bitte. Leute, ihr wisst, dass ihr dahinlaufen habt. Ihr könnt es nicht benutzen. Oh mein Gott. Oh, Jurena ist so gut. Ich kann... Viel Glück dabei. Wo ist Jurena? Oh mein Gott, Jurena. Oh mein Gott, ich fühl mich so schlecht. Ich fühl mich so schlecht. Ich hab sogar noch gehört, dass du da hinten hast, aber ich hab gar keine Kippe extra. Ich dachte, es ist so rotes. Ja, Jurena. Au. Ich fühl mich so scheiße. Oh mein Gott. Wer hat das früher dann gelogen? Aber ich dachte, es gibt nichts. Warum sollten wir denn überhaupt raus, wenn noch vier leben? Ich hab ja gesagt, es gibt nichts.